Unterarbeiten, in OK-Mübeln. Da läuft einer. Oben? Auch? Nee, weiter links von uns, aber keine Gefahr, es war ein First-Pawn. War es immer noch meine Leiche, die ich da gewastet hab? So, der Strider fährt. Vielleicht kann der Strider ein bisschen auf den Light-Arm-Mod hier. Die gehören zusammen, sonst hätte der Light-Arm-Mod schon geschossen. Da kommt ein Heli. Ja, ok, er hat anscheinend kein Interesse an uns. An uns nicht. Ich hab gehofft, er kommt näher, dann höre ich mir mit zwei Schuss mit der MK-18 rausgepastet, aber nö, natürlich nicht. So wär ich jetzt der Schützenpanzer-Typ, Alter, ich hätt den schon so rausge... Was für macht der da? Da beim Hunter, da unten ist ein Sniper, wo der runtergeht. Der hat auch ne Endlore aufm Rücken. Wo der Hummy runtergeht, ist ein Sniper. Ich seh gar nicht, wo der Hummy runtergeht. Ok, der hebt grad wieder ab und hat nen Hunter unter sich. Ich, ich sehs, ich sehs, ich sehs, ich seh auch den Sniper. Der sitzt in dem drinnen, ne? Ah ne, da liegt er. Wie weit ist das weg, ey? Jetzt hau's da ab! Ja, weil ich... Oberhalb ist noch einer! Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß! Und jetzt gibt's Massaker, oder? Ne. Nicht! Wie weit ist das weg, frag ich mich. 700 Meter, 600. Ok, die Hornets. Pfff! Das hört sich böse an, da oben muss man ja sagen. Da oben ist Krieg. Der ist heute irgendwas diskutiert. Ah, als hat der sich hingelegt, oder wat? Der hat mir direkt sau. Der ist gar nicht, wo der sein soll. Ich hab den Rechten nur noch im Blick gehabt, aber der ist jetzt ganz weg. Ja, den Linken, der nach links gerannt ist, der ist hinter die Kügelkuppe und hat sich ja... ...verpießt. Ich hab nur noch drei Schuss, ne? Vielleicht. Oh, Muni! Lynn, ich würd... äh, mein Vorschlag wär... Wir hauen ab, runter ins Dorf da, ne? Hm? Gucken, dass wir da irgendwas für dich kriegen und fahren einfach mal die Küste ab. Na, guck mal, hier wo wir sind, wir können ja zur nächsten Bucht fahren, weißt du? Mit nem Boot, ich hab ne volle Jerrican, dann fahren wir in die nächste Bucht hier zu... Kalia, also ost... östlich von uns. Und, äh, gucken dann da mal. Das ist, glaub ich, grad die sicherste Option, weil Land einwärts mit dem Fahrzeug da umklappt nicht. Ich persönlich würde einfach außen rum fahren, wir haben noch nen Frieda hier noch, oder? Er hat schon nen Hit kassiert. Ich guck mir die Frieda trotzdem mal an. Den KV der Reifen im Arsch. Oh, mein... Haben wir nen Inji? Den Inji. Haben wir nen Repkit? Negativ. Ähm... Ich geh mal... ich geh mal rund. Ich bin auch mal unten. Ja, ich geh runter in die Bucht. Ja, ich versuche euch. Ja, warte, Rocktalks, bleib du oben bei, äh... Rocktalks, du bleibst hier, du hast den Nahkampfwerfer, du musst mich daffen. Ja, den hat nur ne Sniper. Ich hatte nur ne Sniper mit drei Schuss, was soll ich machen? Oh, fuck. Was denn? Ach, der Schützenpanzer hat geschossen. Naja, nicht. Der Hami geht mir auch auf den Sack. Der Hunter fährt da oben weg. Oh nein, oder? Ne. Alter, hör dich jetzt hier in Offroad-HM gehen, ne? Ich will sofort das Feuer auf den Hami eröffnen, ne? Ja. Da hüpft noch einer rum. Ja, ich auch. Wie komm, wie bist denn du eigentlich? Ich wurde getötet am Spahn. Oh, cool. Könnt ihr den... ...Hami-Typen auch rausholen, theoretisch? Wenn ich wüsste, wo er... Ach, da ist er. Wer ist denn das? 7,1 Meter G, der Bär trägt grad ab. Boah! Oh, der Hami ist abgestürzt. Er klärt den lauten Knall, den ich grade dezent... Zack, ja. Abgestürzt! Töter. Das lustige ist, der ist so in das Dorf reingestürzt, dass der da gleich die Hälfte mitgenommen hat. Ja, ja, so kann es gehen. Liegt denn da rum, eine Leiche? Ich hoffe es für ihn. Jetzt ist ja gleich einer. Da! Alter, die gerastet ja gerade voll aus. Ja. Da hüpft einer. Da hüpft einer. Im Wald rum. Schön, wie hier nix in dem Haus ist. Das einzige, was hier ist, ist ein Truck Boxer. Und das Minigun-Boot. Also, ich weiß nicht. Minigun-Boot. Das hat auch ein Gmg. Also, vorne dran. Ja, das bringt nur halt nicht viel. Oh, fuck. Bei uns ist hier einer voll in der Nähe. Wo? Bin unten im Ort. Kann nix erkennen. Danke für die gute Deckung, lieber Rocktox. Wo ist der denn? Der beim Offroader wäre mit dem HMG drauf. Jetzt rennt er aber hier doof rum. Ich sehe auch keinen Offroader bei dem HMG. Ja, toll. Ich habe noch einen Schoß. Ähm, Lynn, wenn du die THG mitnehmen willst, dann habe ich ihn mal geteilt. Was will ich mit einer THG? Es geht mir darum, damit du auch was hast für einen Nahbereich. Ich habe noch eine MX im Rucksack. Ach, die hast du auch noch. Oh, da oben läuft auch noch einer. Oh Mann, ich brauche Munition. Wir müssen jetzt hier echt mal weg. Ja, ich bin hier unten im Ort, also... Da oben ist nur noch Gemetzel. Ja, also ich bin hier unten im Ort, hier ist soweit alles safe. Ich behalte die Links trotzdem in der Hand wegen Thermal. Ja. Hier unten ein bisschen ins Wasser. Da habe ich nämlich ein bisschen... Buckusing Deckung. Das hätte uns der Nokami ja Munition vorbeibringen können. Ich habe kein Geld. Du musstest 200 Dollar haben. Jo, aber ich bin der Marsch der Welt. Oh Mann. Ja, Nokami ist in der anderen Bucht da drüben. Bei... Ich will zu meinem Panda. Ich würde dir sagen, ich fahre dich da hin, aber es wird schwer. Ich will zu einem Gun Shop. Ich spendiere dir auch nur neue Links. Du brauchst 1600 dabei. Ich habe ein Boot. Ich habe ein Boot. Ja, es bringt dir nicht viel. Wir wollten ja eigentlich weg. Ich habe ein Boot. Ich kann alle gegenseitig unrage. Voll süß. Das waren wir neu. Richard Winters tötet gerade irgendwie alle. Ja, aber der cheated. Was sieht danach aus? Ich weiß nicht, sollten wir uns nicht ausloggen, wenn ein Hacker auf dem Server ist? Ich weiß noch nicht so recht, ob der wirklich... Ich frage es, was der macht, weil der... ...hackt oder ob der einfach mit irgendwas einfach rein sprayt. Wer liegt denn noch oben auf dem Berg? Ich nicht mehr. Ja, ich liege noch oben. Ja gut, runter. Runter in die Bucht, wo wir hier sind. Also ein Minigun-Boot, äh... Ich gehe es mal abchecken. Lukami, warum bist du gerade eigentlich gestorben? Respawn. Respawn, ja. Ja, oder wir nehmen da Ding einfach ein, ne? Ich bin auf dem Airfeed gespawnt, geil, diese Geschichte hier. Direkt vor mir ist das mal ein Hunter. Ach, fünf Minuten müssten wir jetzt hier warten, damit er hier spawnen kann. Hat ne Scheiße. Bei unserem Glück kommt wieder ein Tank. Hm. Oh oh. Was? Weißt du das nicht? Maschinengewehr vorher. Ja, das ist hinterm Berg, das ist hinterm Berg, da gehen auch gerade die Raubrücken hoch. So habe ich mit dem Kopftlockstreifen vorhanden. Bots Mission ist. Ja, sehr weit weg. Hauptsache, Ahmet Convoy ist direkt beim Gunstor. Um im Norden. Oh my god, wir verfolgen zwei Hunter. Ehrlich? Na klar, ich spanne immer in komischen Sachen. Mist Ding, Alter. Ich mach dir jetzt kaputt, du. Würde hier jetzt einen Hunter hinkommen, würde ich ja sagen, okay, der kriegt eine Endlaw in die Leiste, aber... Hallo? Oh. Er hat mich getötet. Also eigentlich hat er mich getötet, sondern das Auto, was... Über dich drüber gerollt ist? Mhm. Oh oh. Oh? Ach, der ist nur ein Hase, okay. Haha. Der ist auch weiß. Gib mir mal einen Schreck. Ganz kurz. Hab ich doch gerade, oder? Bisschen. Hey, ich höre nur, oh oh, ich drehe mich direkt instinktiv so zu dir und dann ist nur ein Hase. Jaaa. Ein Hase. Ja, Len wollte dir meinen echten Hasen zeigen. Das hat sie schon anderen Leuten versprochen. Richtig. Ich bin grad irgendwie wieder stumpf. Oh oh. Da war was, ich hab's gehört, aber ich weiß nicht, was es war. Aber einer deckt doch meinen Arsch, oder? Ich zieh hinter dich, ja. Und wer sitzt da im Haus? Ist der Rock Dogs. Ach, super. Kannst du dich mal nützlich machen? Nett. Ich steck dir grad die Seite. Oh oh. Äh. Ja. Hm. Hmhm. Nicht gut. Nein, nicht gut. Was denn? Hast du das grad nicht gehört? Dieses Blub, 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 Puff? Ja. Ist das nie gut. Das war der Schützenpanzer. Niemals. Da unten ist ein Board. Hallo, Nokami. Hallo. Ach, da oben ist Nokami. Nokami. Nokami, hast du Linksblitza mitgebracht? Friendly. Nee. Schlecht. Wie er sagt Friendly. Ich bring das Boot da und schieß alle ab. Warte mal, wenn ich das Boot... Äh, warte mal. Ich schieß einfach salber ab mit dem Board. Da hab ich ne Waffe. Nein, 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 nein. Ich kann ja auch mal instant ins Gesicht springen. Wenn du möchtest, kannst du meine MX aus meinem Rucksack haben. Ich bin sowieso ein schlechter Schnaerkampf. Ja, nimm es lieber methodisch im Fernkampf. Nimm es lieber, äh, ich lieg mir da links so im Wärmebildvisier irgendwo rum. Ach, guck mal, da hinten in 1km liegt einer. Geht's nach oben aufräumen. Nokami, nein, 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 du bleibst bei mir. Hallo. Hallo, Panna. Hallo, Nokami. Du kannst Rocktox töten, du hast noch mehr MX Munition. Aber du hast nix im Rucksack. Oh Gott, dann ist die weggepackt. Tut mir leid. Kapott. Aber Rocktox kann ich nicht schießen, der kann die Waffe abgeben. Oh, da ist was, ähm, Jungs, äh, also 1km von dem Eck da oben in dem, in dem, äh, Graben, äh, nicht Graben, in dem Turm. Hast du eine Mission dafür? In dem Milliturm. Müsst du eigentlich dabei sein, 3-mal kurz. Welchen Milliturm, hä? Ja, tschuldigung, ich steh woanders wie hier. Also, von mir aus gesehen...